Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir sind hier in unserem Trautemheim. Unser Hausmädchen, Roboterhausmann, sagen wir so, kümmert sich gerade um unsere Babylein. Vor der Tür klingelt ein Vertreter. Alter, wir sind nicht da. Mach das Licht aus. Versteck dich hinterm Tresen. Da, wir flüchten. Im Auto. Schnell weg. Nein, Spaß. Was haben wir hier noch alles? Der kann ruhig klingeln. Wein, Bourbon. Noch etwas früh, um mit dem Trinken anzufangen. Ah, so ein Schlückchen, das geht schon. Für den Magen, für die Verdauung. Was haben wir hier? Immer nur das gleiche Zeug. Dann hier, Zuckerbombs. Das hört sich ganz gesund an. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Wunderbar. Also, die ganze Packung, oder? Oh, frische Milch. Die Milch wurde geliefert. Sehr schön. Was haben wir hier? Aschenbecher, Globus. Oh, wir haben auch einen Hund. Den Hund finden wir wohl nie wieder. Oh. Ja, das erklärt's, warum hier so ruhig ist. Weil normalerweise, wenn ein Frauchen kommt, stürmt dann gleich das Hundsviech auf einen zu, ne? Jura-Diplom. Ach, wie er ich. Mächte. Aber das war es wert. Jö, ich bin ja, ich bin ja voll gescheit. Schau. Das hab ich geschafft, echt. US-Flagge. Die guten alten USA. Ja. Das scheint sich auch länderweit nicht zu ändern. Man redet immer von der guten alten Zeit, ne? Ein schöner Kamin. Also kalt wird uns nicht. Da können wir eh nix machen. Sitzen. Was haben wir hier noch? Holo-Band abspielen. Jo. Das sind gute alte Zeiten, ne? Auch die Musik. Gibt's ein anderes auch? Oh. Ja, ja. Wir leider, weil sonst ich fürchte, das Spiel wird nicht weitergehen, ne? Wenn wir uns da jetzt nicht breitschlagen lassen. Na dann. Schnell zurecht machen. Die Haare ein bisschen kämmen. Ja, also gleichstreifen. So, das Gewand ein bisschen. Na bitte. Was wollen Sie denn? Sie komischer. Ich komme von Valtek. Ja, servus. Was ist bitte Valtek? Valtek? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Ma'am. Und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Valtek ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Valtz genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Ähm. Eile? Was ist denn so wichtig? Es geht um nichts weniger als um Ihre Zukunft. Es ist Ihnen vielleicht noch nicht aufgefallen, aber dieses Land ist gerade dabei, vor die Hunde zu gehen. Nein. Entschuldigen Sie bitte den Ausdruck. Aber der große Knall ist unvermeidlich, fürchte ich. Und er kommt früher, als Sie vielleicht denken, wenn Sie verstehen, was ich mache. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage ähm äh 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 äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Was? Wollt ihr mir damit gerade weismachen, dass ihr irgendwie eine Atomexplosion oder so vermutet? Ich meine, bitte, ich werde es doch so gescheit sein und auf diese Atomgebäude, Reaktoren etc. aufpassen können. Ich werde Sie auch nicht lange stören. Naja, genug Platz. Aber ich habe Familie. Wir passen da alle rein, oder? Aber sicher, aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen. Im Falle einer unerwarteten, äh, total nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Die nukleare Katastrophe oder deine Fragerei? Erzähl mir mehr. Sarkastisch? Nein? Ja? Ach, was soll's? Quatsch mich voll. Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Welche Mutanten denn bitte? Moment, weiß der Kerl etwa schon viel mehr als wir? Haben die da echt vor, irgendwas in die Luft zu jagen? Seid Sie komplett bescheuert, oder was? Wisst ihr überhaupt, wie viele Jahrhunderte das dauern könnte, bis die Erde sich davon erholt hat? Geht es Ihnen gut, Ma'am? Ja. Legen wir los. Ausgezeichnet! Ausgezeichnet. Nun, also dann. Oh, aha. Registrierung. Name. Na gut, äh, Name. Okay. Ähm, ja. Alexandra. Jawohl, das bin ich. So. Muss Vor- und Nachname sein, eigentlich? Ich weiß es nicht. Nehmen wir. Zockerbraut. Ach was. Alexandra reicht schon. Die würden ja sonst sicher haben wollen, wenn man da einen Nachnamen dazu nimmt. Also. Alexandra passt schon mal. Okay. Puh. Skillen, ne? Das ist immer so schwer, ne? Was soll man nehmen? Was kann denn die Stärke? Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst. Oha. Und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen wird. Das ist aber nicht schlecht. Wir haben ja 21 Punkte zur Verfügung. Wir schauen mal, das wäre echt nicht so dumm. Was kann die Wahrnehmung? Wahrnehmung ist das Bewusstsein für deine Umgebung und dein sechster Sinn. Sie bestimmt die Waffenpräzision im VATS. Watz. Fatz. Irgendwie so. Okay. Dann die Ausdauer. Ja. Ich und Ausdauer. Ausdauer steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deiner Aktionspunkte verbraucht. Aha. Nicht stolpern, ne? Charisma. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und zu verführen. Es bestimmt deine Überredungskünste und verbessert Preise beim Handeln. Das ist aber auch nicht schlecht, ne? Ich meine, verführen muss ja nicht unbedingt jemanden. Aber wie gesagt, ich habe ja mein Wölfchen, ne? Und ich bin treu. Ich bin immer treu. Die Intelligenz. Und er natürlich auch. So. Intelligenz beschreibt deine geistigen Fähigkeiten. Der Wert bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Mhm. Den müsste man fast vollskillen eigentlich, ne? Beweglichkeit. Beweglichkeit repräsentiert deine Reaktionszeit und dein Geschick. Der Wert bestimmt, wie viele Aktionspunkte du hast und wie gut du schleichen kannst. Ist sicher auch nicht schlecht, ne? Aber das mit der Flasche kann ich nicht, auch wenn ich es vollgeskillt habe. Das bringe ich sicher nicht zusammen. Glück zeigt, also Glück als nächstes, genau. Glück zeigt, wie gut du es, wie gut, Alter, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Aufladerate für kritische Treffer und die Qualität gefundener Gegenstände. Bah, ich möchte alles bitte auf vollgeskillt haben. Sofort. Boah, es ist halt echt schwer, ne? Ich hätte halt gern die Stärke, weil ich weiß jetzt schon, ich werde sehr oft überladen sein. Ich hätte aber auch gern die Intelligenz für die schnelleren Erfahrungspunkte, ne? Wie weit ist eigentlich das Maximum? Maxi, 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 ah, ist sie 10? Soll ich echt? Ich bin Jurastudentin, freilich muss ich auf Vollgas geben, was Int betrifft. Intelligenz und Stärke. Eine Kombination, die meistens nicht funktioniert, aber wir sind natürlich die reine Ausnahme. Ich würde mal sagen, tun wir es mal auf 3. Wahrnehmung. Waffenpräzision, Ausdauer, Sprinten, das vielleicht nicht muss. Charisma hört sich gar nicht so blöd an. Da möchte ich auch mal 3 haben. Glück ist natürlich auch so eine Sache, da hätte ich schon gern 5. Dann haben wir noch was über. Vielleicht ein bisschen mehr Stärke noch und vielleicht ein bisschen mehr Charisma. Wahrscheinlich bin ich komplett falsch geskillt, ne? Weil die Profis, ihr Profis wisst das ja schon besser. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, Intelligenz ist halt schon so eine Geschichte, ne? Ich hätte halt wirklich gern Erfahrungspunkte. Ihr müsst bedenken, umso schneller wir Erfahrungspunkte kriegen, umso schneller können wir den Rest hier fertig skillen, ne? Ich würde sagen, ich lasse das einfach mal so. Tu mir das nehmen an, bitte. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ähm, danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Ja, das stimmt. Oh, Baby weint. Kurtzwerf? Alles okay? Danke. Oh, danke. Danke, das ist liebherzchen. Schnuffel. Also dann. Na, was hast du denn? Ja, hallo. Ja, ne? Wer ist ein Lieberschon? Wer ist ein Lieberschon? Ja, du, ne? Ja, du, ne? Uchig, uchig, uchig. Uchig, 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 uchig. Ich habe das Mobili über seiner Wiege letztens repariert. Warum probierst du es nicht mal aus? Du bist ein Genie, Herzchen. Also dann drehen wir mal das Ganze. Ja, das gefällt dir, ne? Ja. Das ist dein Junge. Er nimmt sich immer wie sein Vater. Naja. Meistens jedenfalls. Nach dem Frühstück können wir noch ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und was hast du dann im Sinn? Sarkastisch. Klingt gut. Vorbereitung für Halloween. Hm. Und was dann? Und was sollen wir dann tun? Sir, ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Äh, na, was hat er denn? Also, bis später, Kleiner. Was meinst du? Was ist mit Cotsworth los? Keine Ahnung. Cotsworth, was hast du denn? Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Muss wohl der Wind sein. Äh, was? Ja, wir folgen von Blitzen. Grellen, Blitzen. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Der Kontakt zu unserem Partner scheint, es scheint abgebrochen zu sein. Ja, ähm, es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über... ...atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Bitte was? Mein Gott. Das ist jetzt auch nicht so ernst. Wir müssen zum Wort. Sofort. Warum geht die Tür automatisch auf? Warum geht die Tür automatisch auf? Wir werden überwacht. Wir werden überwacht. Cotsworth. Mach es gut. Ach. Es tut mir so leid, du fehlst mir so. Du fehlst mir jetzt schon so sehr. Passt bitte gut auf dich auf, ja? Und wenn es geht, wenn nicht allzu viele Katastrophen ausbrechen, schau, dass das Haus sauber bleibt. Ich nehme nochmal einen Kaffee. Geht das? Nein, schade. Ein Stärkungsdruck. Wollte ich's. Wollte ich's. Ja, äh, wie wär's mit dem Auto zu fahren? Oder ist es nicht weit weg? Alter, ich glaub ich spinn. Hallo? Ich hoffe es. Meine Güte. Das kann ich... Leute, hört's auf. Hey, was wenn nicht? Wir haben keinen Platz im Auto. Oh mein Gott. Was, wenn wir dieses Mal nicht weit genug wegfahren können? Hört's auf, die Koffer zu packen, nehmt's die Beine in die Hand, Alter, oder das Auto, wie auch immer. Entschuldigung. Alter, ist das furchtbar. Ich glaub, wir sollten weitergehen, ne? Lol, Panzer, alles da. Wollen die mir jetzt ernsthaft weiß machen, dass die jetzt innerhalb von fünf Minuten da waren? Die haben das doch gewusst. Ja, dann laufen wir halt mal, ne? Lass liegen den Dreck und rette dein Leben. Das ist nachher wahrscheinlich so so nichts mehr wert. Jetzt die... Der hat das gewusst? Der Kerl hat das gewusst? Ja, danke. Der Kerl hat's gewusst? Hundertprozentig. Wir haben ihn auch so ein Glück gehabt, dass der uns da... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir dich melden! Im Programm, da treten Sie vor. Wenn nichts, gehen Sie nach Hause. Ja, ähm... Hallo. Wir stehen auf der Liste. Oh Gott, wir werden sterben. Das war's. Männlicher Erwachsener. Wir kommen, treiblicher Erwachsener. Sie werden uns reiten. Okay, danke. Viel Glück, Sir. Das wird Gott uns helfen. Ja, hoffentlich. Sie beide, folgen Sie mir. Das wird aus all den Leuten vor dem Gehen. Wir kommen, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Ja, und das ist vor allem, es wird aus euch, ne? Ihr seid ja auch noch da. Alter Schwere. Jawohl, mach mal. Ist okay. Schatz, bist du da? Äh, Schnuffel wollte ich eigentlich sagen. Ich bin schon so der Schatz gewohnt, äh, vom Dings und so, ne? LP. Alter Schwere, Alter Schwere, Alter Schwere, Alter Schwere. Zwei, vier, sechs, sieben. Es geht ihm gut. Mit schon acht Leuten. Ich liebe dich. Ich dich auch. Oh mein Gott. Fahrt runter, das Scheißding. Fahrt runter, das Scheißding. Alter, ihr verreckt es ja da herum. War das knapp. Boah, mir läuft gerade die Gänsehaut über den Rücken. Alter Schwere, Domi, sind jetzt alle tot. Das kann keiner überlebt haben. Eklavisch mit. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause runter. Board 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später. Und wir werden alle... Nicht einmal eine Minute. Das waren gerade Sekunden. Schatz, alles okay? Ich bleib gleich beim Schatz, ausnahmsweise. Er ist zwar mein Schnuffel in Wirklichkeit, aber ich glaube der muss kotzen. Was ist los? Alles okay mit dir? Alter Schwere, ne? Wir haben acht Leute haben es jetzt überlebt zusammen mit unserem Baby. Das einzige Kind für die Zukunft oder was? Alle neuen Bewohner gehen bitte geordnet weiter. Neue Bewohner? Das heißt, es gibt schon welche? Weiblich. Entschuldigung. Sieht man wohl. Sobald der Wald versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Ja. Schauen wir mal. Okay. Ja, danke. Okay. Schatz, bist du da? Ja, alles okay. Ja, sehr steilisch. Danke. Danke. Und was jetzt? Arzt. Welcher Arzt? Äh, du. Ja. Dann geh voraus. Ich nehm dir das toll. Dann mal ab. Ja. Ja, toll. Wie schaut's denn hier aus? Und hier sollen wir für immer leben? Was ist denn das? Die sind sicher. Ja. Mann. Servus. Ja, hoffen wir's. Ich hab keine Ahnung. Medizinische Vorkehrungen. Okay. Schnupfen haben wir kein. Husten auch nicht. Wir sind zwar etwas leicht bekleidet, weil es oben schön warm war. Aber da rund muss es echt kühl sein eigentlich. Aha. Von der Liste, die hier reinkommen. Ja, dann ich bin... Jede Menge Namen zu bearbeiten. Ich bin froh, dass es so viele Leute geschafft haben. Viel? Wir sind acht Leute mitsamt unserem Puzzi. Alter. Ah, der, da tippt schon was ein. Hallo? Folgen Sie einfach Ihren Betreuer. Okay, bei dir. Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Ja, wir haben hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht. Acht Kapseln. Und wir sind acht Leute mit Sean. Muss Sean da alleine? Aber, nee, oder? Hallo. Was war? Ach, ist schon gut. Na, Baby weint. Ja, hallo. Ja, aber sicher. Hallo schon. Er ist mein kleiner Held. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Ja. Schön eingewickelt. Ja. Wir werden immer beisammen sein. Ja. Ich weiß nicht, ist da wohl auch alles okay? Ich bin nicht für Sie da. Folgen Sie einfach Ihrem Betreuer. Ah. Also da rein, ne? Schatz, Sean, ich liebe euch beiden. Von ganzem Herzen. Na dann. Gehen wir's an. Dekontaminierungskapsel. Aktivieren. Jetzt haben wir die neuen Fetzen an. Sehr schön. Und rein. Es folgt eine Entseuchung und Dekontaminierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Aha, okay. Jawohl. Es hat ein ganz neues Leben. Ja. Ich liebe dich, Schatz. Boah. Irgendwie muss ich schwer atmen. Oh, was ist das? Mir wird so kalt. Oh, was, was passiert hier? Ich... Mir wird so... Ich werde so müde. Ich... Ich muss schlafen. Es ist so kalt. Ich bin so müde. Was... Was passiert hier? Wo... Wo bin ich? Es ist so kalt. Ich... Was passiert da? Mach sie auf. Was wollen die Leute? Schatz und Scho. Was wollt ihr mit unserem... Mit unserem Scho? Schatz. Schatz. Ihr verdammten dreckigen Mörder. Ich werde dich finden. Ich werde dich töten. Schatz. Es ist... So kalt. Ich bin... So müde. Ich kriege keine Luft. Ich muss hier raus. Schnell. Oh, Gott sei Dank. Es geht auf. Oh. Frische Luft. Verzüglich verlassen. Was? Oh. Meine Beine. Begonnt. Zeitreisen für Anfänger. Verlassen Sie Volt 111. Alter Schwede. Schatz. 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 Geh auf, du Dreck. Geh auf, du Dreck. Komm schon. Komm schon. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Schatz, Schatz, Schatz. Ich bin mir den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Sprach. Alle. Die... Alles zu spät. Mein Schatz ist tot. Ich bin allein auf der Welt. Was mache ich denn nur? Sean ist weg. Mein Schatz ist tot. Hat jemand von euch überlebt? Hallo? Moment. Du bist auch tot? Warum soll der Voltec das tun? Was zum Teufel? Der schaut auch nicht so gut aus. Da geht gar nichts. Ist da wer? Die ist... Die schaut auch nicht gut aus. Mach auf den Dreck. Da geht... Da geht gar nichts. Keine? Alle tot. Verdammt. Hier ist... Hier ist unbesetzt. Sie hätten eine Person mehr retten können. Naja, okay. Retten. Also später sterben lassen. Was zum Teufel ist hier los? Ein PC. Vielleicht kann der uns weiterhelfen. Willkommen bei Termlink von Roboc Industries TM. Danke für ihr Vertrauen in Vault-Tag. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man das mit dem Zustand jetzt Vertrauen nennen kann. Kyroanlage. Kyroanlage offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte, manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Äh... Fuck? Und die Lebenserhaltungssysteme? Was ist damit passiert? Lebenserhaltungssysteme offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte, manuelle und ferngesteuerte Überbrückungen festgestellt. Steuerung deaktiviert. Warum ferngesteuert? Das hört sich ja voll nach Sabotage an. Ich meine, es ist Sabotage. Ich meine, keine Ahnung. Was zum Teufel? Kapselinsassenstatus. Kapselinsasse. C1 ist natürlich leer. Was steht hier? Insassenstatus ungültig. Beim Zweier. Mr. Kellerhen. Kellerhan. Hen. Äh, äh. Insassenstatus. Verstorben. Todesursache. Ersticken aufgrund Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Kack. Dreck. Erländiger. Die Mrs. ist tot. Und der Mr. Was ist hier passiert? Dasselbe. Ebenfalls. Durch Ersticken. Verstorben. Wahrscheinlich alle dasselbe. Bis auf meinen Mann halt. Und Sean ist weg. Dasselbe, ja. Wie schaut's bei ihr aus? Erstickt aufgrund Versagen der Lebenserhaltungssysteme. Ebenfalls das gleiche. Nate und Sean. Unbekannt. Manuelle Überbrückung der Kapseldür aktiviert. Ja, sie wurden ermordet. Ich, meine Wenigkeit. Unbekannt. Ferngesteuerte Überbrückung aktiviert. Uns hat mit Absicht jemand freigelassen? Wer? Wer wäre denn so nett gewesen? Und hier ebenfalls erstickt. Wir hatten einfach nur Glück. Das ist alles. Wir hatten einfach nur verdammtes Glück. Was? Züglich verlassen. Ja, mach mal. Kann ich hier irgendwas? Ich mach deine Tür zu. Ich will nicht, dass du... Ich will nicht, dass du auftaust und noch eventuell verschimmelst hier und verrottest. Ich komm dich holen, mein Schatz. Ich komm dich holen. Ich werde dich angemessen begraben. Ich verspreche es dir. Im Kühlschrank hier bleibt er wenigstens frisch. Mein armer Mann. Mein armer. Mein armer Nate. Mein armes Wölfchen. Boah, mein Herz, ne? Hier kann man nichts nehmen. Nichts, gar nichts. Da ist nichts mehr drin. Die haben scheinbar schon alles geplündert, ne? Aber wer? Also wahrscheinlich die zwei Typen da, die unser Baby entführt haben. Was haben wir hier? Machen wir das Tür zu. Alter, da ist schon eine Störung drin, ne? Boah, alter Schwere. Schon ein bisschen unheimlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir hier? Hier war, hier ist auch so ein Kapseldingensraum. Okay. Oh, wir können Kaffeetassen mitnehmen. Dann Clipboard. Okay. Was haben wir hier? Word 111 Anzug ist sauber. Sehr schön. Falls wir uns hier gleich mal in die Hose machen, weil unheimlich ist das Ganze schon ein bisschen, können wir wenigstens frische Sachen anziehen. Hier haben wir noch eine Kaffeetasse, noch ein Clipboard. Ansonsten ist hier scheinbar nix viel los. Naja, dann hier auch. Gott. Alle tot. Das ist ja nicht zum Glauben, sowas. Alle verstorben. Was gibt's hier? Willkommen bei Termlink und so und so. Das wissen wir schon. Kyroanlage. Offline. Dasselbe wie beim drübernen. Sind scheinbar dann auch allesamt erstickt, ne? Abbruch der Systeme. Ja. Das ist komplett. Hier ist alles dasselbe passiert. Mr. Tipetto. Ja, erstickt, ja. Das dürfte anscheinbar auf alle zutreffen. Koffrand. Dasselbe. Ja. Whitfield. Ersticken. Allesamt erstickt. Nur warum haben die, die zwei, warum haben die zwei ausgerechnet meinen Mann erschossen und schon entführt. Ebenfalls dasselbe. Und warum haben sie mich am Leben gelassen? Da hat mich jemand befreit. Ganz eindeutig. Oh, hoppla. Da war noch was, ne? Äh, wä? Verstecken. Okay. Ähm, so. Das untere wollte ich noch schnell schauen. Da. Achso, das war ja das. Hoppla. Passt schon. Huch. Falscher Knopf. Passt schon. Sind wir fertig. So. Ähm. Ich verstehe das nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Das ist, das ist echt mehr als übel. Hier natürlich auch, ne? Brauchen wir nicht schauen. Wir kriegen auch nichts auf. Nein. Es ist wirklich nur unser Ding aufgegangen. Mehr nicht. Na gut, dann gehen wir halt wieder, ne? Zu, die Hütten. Zu. Mach. Na, servus, Kaiser, ne? Ja, da mussten wir husten, ne? Ist ganz klar. Was haben wir hier drinnen? Achso, hier willst du wahrscheinlich weitergehen. Warte mal. Hier waren wir schon. Und was gibt's hier? Aha, schau mal. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Schraubenzieher. Noch ein Schraubenschlüssel. Da haben wir einen Hammer. Ist hier was drin? Nein, Werkzeugkiste. Hier ist nix. Nein. Können wir die Hütchen mitnehmen? Nein. Irgendwas Verbandszeug mäßig? Nix. Wie schaut's da aus? Und zugänglich. Na, dann gehen wir halt hier weiter, ne? Habe ich auch die Türen brav zugemacht? Ich glaube. Ja. Ja. Gute Manieren und so. So. Gibt's hier irgendwas umsonst? Hier drin? Nein. Hier ist gar nix. Ist hier irgendwas? Nö. Da? Da ist was. Okay, kann man so hinsetzen. Mehr nicht. Ih, was ist denn das für ein Vieh? Um Gottes Willen. Was bist denn du? Wah! Was zum Teufel? Oh, da ist noch so ein Viech. Noch eins. Was sind denn das für ekelhafte Viecher? Ich meine, die erinnern mich gerade ein bisschen an die Fleischschwanzen vom... Oh, ein Schlagstock. Die erinnern mich gerade ein bisschen an Fleischschwanzen, auch vom Gezirpe daher. Von Gotik, ne? Alter, 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 alter. Wie kann ich denn die Waffe wieder wegtun? Aha, blocken. Mit der linken ist schlagen. Mit der rechten ist blocken. Okay. Aha, so kann ich... Aha, so kann ich die Ansicht verändern. Okay. Aber bleiben wir mal so. Ähm, kann ich die Waffe auch wieder wegstecken? Irgendwie. Verstecken kann ich mich. Aha, da kann man auch so zuhauen. Da kann man hüpfen. Geht das so? So? Nein. So? So? Ah, da hat man ein Sprint-Dings auch. Okay. Da? Nein. Hier. Aha. Aha. Hm. Ich habe gerade keine Ahnung, wie man das wieder wegtun kann, aber... Na gut, dann belasse ich es einfach mal dabei. Dann lasse ich es ausgerüstet. Wie schaut es hier aus? Aktenschrank. Eine Stange Zigaretten. Ja. Nach dem Tag heute, glaube ich, können wir die brauchen. Und ein abgenutztes Klemmbrett. Dann nehmen wir gleich... Nehmen wir es mit. Was haben wir hier drin? Abgenutztes Klemmbrett und noch eine Zigarette. Ja, fall nur um, ne? Boom. Dann eine Kaffeetasse. Noch eine Kaffeetasse. Das ist ganz schlau. Immer ganz wichtig. Merksatz für alle. Immer schön die Kaffeetassen in der Nähe eines PCs hinstellen, damit der Ja, wenn ein Unfall passiert mit dem Kaffeehäferl, schön kaputt wird. Ein Stim... Was war das? Ein Stim-Paket oder so, ne? Was haben wir hier? Steht da was drin vielleicht? Volt 111 Sicherheitsanweisungen. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß WTP 01011. Aha. Volt 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integration des Anlages und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. In Subordination oder Behinderung des Voltbetriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Na herrlich, das ist sehr beruhigend. Betriebsprotokoll Handbuch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Falltech hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Voltbewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Erhaltung und Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, die Volt zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskordiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kyrokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und falls nötig gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Präservierungskapseln, sind die gewahrsam genommenen Personen zu entsorgen. Alter Schwede! Der versiegelte Volt-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Ja, boah, ist auch ein bisschen hart, ne? Mitarbeiterpflichten Wissenschaftsteam Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktionen von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopolmonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf verstorben sind. Äh, hallo? Es sind eigentlich so gut wie alle tot, nur ich und mein Baby leben noch. Wo sind denn diese Maßnahmen? Wo sind die Leute hier eigentlich? Dabei darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Ja, ist aber passiert. Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Sicherheitspersonal Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten folgendermaßen Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen Nach Atmosphärenlecks suchen Auseinandersetzungen des Personals schlichten Durchsetzen der Regeln des Aufsehers Durchsetzen der Vault-Tec-Regeln Okay, Gebäudeverwaltung und Instandhaltung Aufgrund der Natur von Vault 111 wird dem Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikationen erwartet, Beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers Entwarnung und Evakuierung Entwarnungsnachricht Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Vault-Tec die Oberfläche nach Anzeigen für Resultierte Gefahren wie erhöhte Strahlung Feindliche Streitkräfte Weitere Angriffe und Anderen Fraktionen Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhalten diese Terminals eine Entwarnungsnachricht Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Vault-Tec-Personal nach Ermessen des Aufsehers Evakuiert werden Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Vault-Tec in Verbindung stehen, dürfen nicht beachtet werden Einschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden Vault-Tec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern Nachdem das Personal von Vault-111 evakuiert wurde Aha Hat man dann ja gemerkt Obligatorische Schutzzeit Vault-111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft Personal, das nicht im Vault lebt, führen so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch Bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten Alter Sollte keine Evakuierungsnachricht von Vault-Tec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschottung zu evakuieren und das zu erreichen bei einer Atomkatastrophe Das reicht ja nie Da müssen ja Jahre vergehen, viele, viele Jahre, bis das Ganze mal einigermaßen sich beruhigt hat, sage ich mal Naja Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault-111 gestattet, das Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren Es sei denn, sie erhalten eine Evakuierung, Evakuierung, sage ich, Entwarnungsnachricht von Vault-Tec So, lesen ist auch eine Kunst Zurück Zurück Sicherheitsaufzeichnungen Ach du heiliges, Samstag, 23. Oktober 2077 Oh Gott, es ist tatsächlich passiert Die Welt geht unter Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können Es haben nicht alle geschafft Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier Ich verstehe es nicht Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären Dass es Teil eines großen Experiments ist Sie einzufrieren Für eine bessere Zukunft oder so Ich weiß nicht Irgendwie ist es falsch Dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben Bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen Ich glaube, dann wäre noch mal eine Panik ausgebrochen Und die halbe Mannschaft, sage ich mal, hätten Herzpatschen bekommen Inklusive ich selbst wahrscheinlich Samstag, 25. Dezember 2077 Oh, es ist Weihnachten Weihnachten unter der Erde Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit Und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan Und eine kleine Party geschmissen Das beste Geschenk des Abends Wär ein Fancy Lates Kuchen Der nicht zu tröge war Keiner der Wissenschaft lässt gekommen Der Aufseher auch nicht Ich verstehe die nicht Versuchen Sie etwas von uns zu verbergen Noch ein Geheimnis der Firma Das nur für die hohen Tiere bestimmt ist Ach, egal Nur noch ein paar Monate Dann sollte das Entwarnungssignal kommen Und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen Ja, und vor allem Unter Anführungszeichen frische Luft schnappen, ne? Ich mache die Bar jetzt dann noch fertig Und dann beenden wir den Part Montag, 14. März, 2078 Nur noch ein paar Wochen Dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei Die Leute drehen schon langsam durch Ja, kein Wunder, ne? Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben Das steht zumindest schon mal fest Und ich meine damit nicht Dass ich seit über 6 Monaten Den selben Pausenraum Und dasselbe Bett anstarren muss Ich meine damit Dass wir nur noch Lebensmittel Für ein paar Monate haben Höchstens Der Aufseher wiederholt immer nur Dass wir Geduld haben Und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen Er verheimlicht uns etwas Da bin ich mir sicher Hier geht irgendwas Übles vor Das spüre ich Ist dann vielleicht der Aufseher der Krüppel gewesen Der mein Mann getötet hat? 23. April 2078 Die Haupttür zum Worldausgang ist defekt Der einzige Weg nach draußen Führt durch den Fluchttunnel des Aufsehers Wie praktisch für ihn Er lässt die Tür zu seinem Büro Rund um die Uhr Von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet Wurde heute Abend Zu einem Treffen eingeladen Nur für Leute von der Verwaltung Und der Sicherheit Klingt als gäbe es noch mehr Unzufriedene Letzter Eintrag Es kommt kein Entwarnungssignal Von Worldtech Wir müssen hier raus Wir haben kaum noch etwas zu essen Ich hätte Stanley fast umgebracht Weil er einen Salzkräcker Auf den Boden fallen gelassen hat Ein paar von uns haben mit dem Aufseher Darüber gesprochen Den World zu öffnen Ich hätte nie gedacht Dass ein so kleiner Mann So laut schreien kann Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam In seinem Büro eingeschlossen Wir sollten ihnen unsere Lebensmittel Unsere Waffen Und unsere Medizin übergeben Sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen Ich habe mit allen geredet Es ist soweit Wir verlassen jetzt den World Auf die eine oder auf die andere Weise Na Gottes Willen Da geht es zu Ist sehr unglaublich Was hier passiert Oder passiert ist Dann nehmen wir noch mit Ganz schnell Die Tasse Hier ist sonst eh nichts Dann haben wir den Raum hier auch schon erledigt Können wir wieder zusperren Äh Machen Na fein Na fein Ähm Wir haben unsere 40 Minuten wieder Da drinnen lauern Insekten Omas Puh Das Ganze hier ist richtig übel Keine Ahnung Was da Passiert ist Auf jeden Fall nichts Gutes Und im nächsten Part Schauen wir mal Dass wir hier die World verlassen können Ich bin gespannt Wie viel Zeit inzwischen vergangen ist Also gut ihr Lieben Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören Fürs Zuschauen Wünsche euch einen schönen Tag Einen schönen Abend Je nachdem Wie ihr das Video schaut Und wir hören uns beim nächsten Mal Tschüssi